Der Apolog von Orchid vom 17. November Ihr Denken Der heilige Gregor Herorius der Wundertäter Bischof von Neo-Cesarea Dieser Mann Gottes und machtvolle Wundertäter wurde als ein neuer Moses bezeichnet. Gregors Eltern waren Heiden, jedoch angesehen und wohlhabend. Er studierte griechisch und ägyptische Philosophie und wurde sich bewusst der Armut und des Ungenügens der heidnischen Philosophie. Daraufhin wandte er sich an christliche Lehre, besonders an Eurygenes von Alexandria, bei dem er mehrere Jahre studierte und von dem er die Taufe empfing. Rein an Leib und Seele, so wollte er sich einzig Christus Gott widmen. Daher zog er sich in die Wildnis zurück, wo er viel Zeit in strenger Askese verbrachte. Sein Ruf verbreitete sich überall. Bischof Phaedimos von Amassea wollte ihn zum Bischof von Neo-Cesarea weihen. Der hellsichtige Gregor erkannte Phaedimos Absichten und verbarg sich vor den Gesandten des Bischofs in der Wüste. Schließlich weihte ihn Phaedimos auf seltsame Weise. Und Gregor musste das Bischofsamt annehmen. Die allheilige Gottesgebärin und der heilige Johannes der Theologe erschienen ihm in einer Vision. Und der heilige Johannes gab ihm auf Geheiß der Gottesmutter das Glaubensbekenntnis, das unter Gregors Namen bekannt ist. Wer kann all die Wunder dieses zweiten Moses aufzählen? Er hatte Macht über böse Geister und über Berge und Wasser. Er heilte jeden Schmerz und jede Krankheit. Er konnte unsichtbar werden für seine Verfolger. Und hellsichtig nahm er entfernte Ereignisse und die Gedanken der Menschen wahr. Er beendete sein irdisches Leben im Jahr 270 im Hohen Alter. Als er als Bischof in Neocetaria eintraf, konnte er nur 17 Christen in dieser heidnischen Stadt ausfindig machen. Als er sein Leben beschloss, hinterließ er die Stadt als christliche und es gab nur noch 17 Heiden dort. Er empfing den Kranz der Herrlichkeit von seinem Herrn im himmlischen Königreich. Der gottgeweihte Nikon von Radonisch war ein Schüler des heiligen Sergei von Radonisch und dessen Nachfolger als Abt. Als die Barbaren Russland angriffen, betete Nikon zu Gott, dass er das Unheil vom russischen Volk abwende. Da erschien der heilige Sergei mit dem heiligen Peter und dem heiligen Alexei, den schlafenden Metropoliten von Moskau, und sagte ihm, er solle nicht bekümmert sein, denn dieser Einfall geschehe durch Gottes Erlaubnis und gereiche ihn zum Guten. Er würde aber vorübergehen und es würde von neuem Frieden herrschen. Nikon erneuerte das Kloster der heiligen Dreiheit und war für viele das Vorbild der Askese. Er entschlief im Frieden am 17. November 1426. Der gottgeweihte Genadius von Vatopedi. Er war Mönch im Kloster Vatopedi auf dem Berg Athos und hatte den Dienst des Ökonomen inne. Während der Zeit, als er Ökonom war, füllte sich ein leeres Fass auf wundersame Weise mit Öl. Dieses Wunder wird der allheiligen Gottes gebären zugeschrieben. Der das Kloster geweiht ist und besonders ihre Ikone, die sich in der Nähe befand. Der heilige Gregor, heilig und ruhmreich, strahlendes Licht der Kirche und rechtgläubiger Held. Durch Leiden und Drehen erlangte er Heiligkeit. Er rettete sich und half vielen. Durch sein vorbildliches Leben, durch Worte und Wunder, half er den Ungläubigen zum Glauben. Und Gläubigen dazu, rein und treu im Glauben zu sein. Die Himmel waren ihm offen und deutlich durchdrang er die Geheimnisse der Menschen. Er empfing vom Himmel mystische Lehren. Als Kern dieser Lehren lehrte er die heilige Dreiheit. Die göttliche Dreiheit eins im Wesen und Christus als lebensspendende Speise und Trank. Wie reine Tautropfen voller Sonnenlicht sind, so sind reine Herzen Wohnstätten der Himmel. Mit Gottes Hilfe überwand der heilige Gregor die mondlose Nacht des Götzendienstes und taufte Heiden zu Tausenden. Dann erschlief er in Frieden, um bei seinem König zu stehen. Heiliger Gregor fleht zu Gott, dass die orthodoxe Kirche den Feind überwinde. Betrachtung Das folgende Beispiel aus dem Leben des heiligen Gregor zeigt, wie Gott schützt und die Gerechten vor Angriffen bewahrt. Als er noch auf die philosophische Schule in Alexandria unterrichtete, bewahrte der heilige Gregor seine Reinheit in Leib und Seele. Bis zum Ende des Lebens bewahrte er sie. Darin bildete er eine Ausnahme unter den lasthaften Jugendlichen jener Tage, und dies rief Neid und Hass unter seinen Gleichaltrigen hervor. Um Gregor zu Fall zu bringen, fanden sie eine Döhne und schickten sie zu ihm, damit sie ihre üblen Pläne verwirkliche. Eines Tages, als Gregor auf dem Marktplatz mit den berühmtesten Lehrern und Philosophen zum Zusammenstand, trat diese Döhne auf ihn zu und begann lautstark von Gregor zu fordern, er soll ihm die Schulden bezahlen, die er bei ihr für ihre Dienste habe. Die Umstehenden, die das hörten, teilten sich in zwei Lager. Einige nahmen Anstoß an ihm, andere wurden zornig auf die schamlose Frau und stießen sie fort. Doch sie begann noch lauter zu rufen und ihr Geld zu fordern. Der unschuldige Gregor errötet, wie jeder Unschuldige angesichts solch grober Verleumdung, doch er zeigte weder Verärgerung noch Hass, sondern bat einen Freund, der bei ihm war, ihr zu geben, was sie verlangte, damit sie sogleich fortginge. Sein Freund tat dies und gab der Frau das geforderte Geld. In diesem Augenblick sandte Gott einen bösen Geist auf die Frau und sie begann sich, in Krämpfen am Boden zu winden, mit den Zähnen zu knirschen und aus dem Mund zu schäumen. Alle Umstehenden, die das sahen, wurden von Furcht erfüllt. Doch der heilige Gregor, sanft wie ein Lamm, betete zu Gott für sie. Und die Frau wurde geheilt und stand wieder auf. Und statt Beschämung empfing Gregor durch dieses Ereignis größeren Ruhm. Ein anderes Beispiel. Als eine grausame Christenverfolgung losbrach, riet der heilige Gregor den Christen, sich zu verstecken und verbarg sich zusammen mit seinem Diakon auf einem Hügel. Die kaiserlichen Soldaten sahen sie und folgten ihnen. Gregor betete zu Gott um Hilfe und Gott machte sie sofort für ihre Verfolger unsichtbar. Die Soldaten durchsuchten vergeblich die Umgebung, doch sie konnten sie nicht finden, und kehrten mit leeren Händen zurück. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Schöpfung der Welt. Genesis 1 Wie Gott am vierten Tag die großen und kleinen Lichter schuf. Wie er die Sonne schuf, damit sie am Tag leuchte, und den Mond und die Sterne, damit sie in der Nacht leuchteten. Homilie über die Breite und Länge und Tiefe und Höhe Damit ihr fähig seid, zusammen mit allen Heiligen die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen. Epheser 3 Vers 18 Seht die Frucht des Glaubens und der Liebe. Seht die königlichen Gaben, die von Christus dem König mitgebracht werden, wenn er seine Wohnung im Herzen nimmt. Das Verständnis der rettenden Mysterien, das Verständnis all dessen, was im Leben des Menschen von Wichtigkeit ist. Dieses Verständnis ist nicht privat oder eine Ausnahme. Es ist nicht individuell oder neu geschaffen, sondern stimmt mit dem Verständnis aller Heiligen überein. Wer sind die Heiligen, wenn nicht jene, die an Glauben und Liebe reich sind. Ihnen ist aufgrund ihres Glaubens und ihrer Liebe das Verständnis dem Mysterien Gottes gegeben. Überprüfe dein Verständnis und wenn es Abweichungen gibt, wisse, dass der Fehler bei dir liegt. Wenn dein Verständnis mit ihrem zusammenfällt, bedeutet das, dass du zu ihrem Maß an Glauben und Liebe gelangt bist und Christus in deinem Herzen seine Wohnung genommen hat. Dann wirst du verstehen, was die Breite der Liebe Gottes ist, durch die sowohl die Hebräer als auch die Heiden im Erlösungsplan umfangen werden und was die Länge der Voraussetzung Gottes ist, durch die von frühesten Zeiten an der Plan der Rettung durch das Gesetz und die Propheten und durch viele Wunder vorbereitet und entwickelt wurde und was die Tiefe der Demut Christi ist, durch die er in den Hades hinabstieg, um die Seelen den Gerechten zu retten und was die Höhe der Herrlichkeit ist, die Christus bei der Vollendung seines rettenden Werkes auf der Erde empfing. Breite und Länge und Tiefe und Höhe stehen wie Christi Kreuz, alle umfangend, alle rufend und alle erhebend. O Herr Jesus Christus, unser gnädiger Herr, erbarme dich unser und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.